Hättest du auch gern mehr Zeit zum Reisen oder für was auch immer mehr Geld, mehr Lebensqualität, dann gibt es für dich eine geniale Möglichkeit. Ich bin Amata Bayerl und ich habe ja sozusagen den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise. Ich war fast 20 Jahre im Kloster und nach meiner Klosterzeit habe ich mich selbstständig gemacht. Einen tollen Job gehabt. Ich war Trainerin, Coach, habe Seminare geleitet. Nur eines hatte ich übersehen, dass ich auch da Zeit gegen Geld tausche. Denn als ich mal ausgefallen bin für ein paar Monate, kam aus diesem Bereich kein Einkommen. Und es hat mir sozusagen die Augen geöffnet und ich habe angefangen unternehmerisch zu denken und zu arbeiten und mir was aufzubauen, wo ich ja heute ein fünfstelliges passives Einkommen im Monat habe. Und dieses System, dieses einfache System, um mit fünf bis acht Stunden in der Woche mehr zu verdienen wie 95 Prozent der Menschen in ihrem Hauptberuf, das zeige ich dir gerne. Wenn du also jemand bist, der mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität haben möchte, dann wende dich an die Person, die dir das Video gegeben hat oder melde dich gleich bei mir persönlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und vor allem finanziell freies Leben. Deine Amata